Sekunde, ich muss eben was machen. Damit sich die Frame mit mal wieder ein bisschen erholt. So, und so. So, dann mal weiter im Text. Holen wir uns mal den Anhänger da. Komm, nein. Nein, 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 nein. Erstmal Datenstützung. Und jetzt den Anhänger. Ja, Taschnur. Blöd. Blödi. So, mal gucken. Wo sind wir denn hier? Ich hoffe, wir kommen jetzt bald mal zum Laden. So viel wertvolles Zeug, was wir dabei haben, ne? Große Kristallkugel, sie scheint sich zu drehen. In welche Position drehen? Hä? So, haben wir die einfach mal ein bisschen. Oh! Ja, auch ein Blindeshuhn findet mal ein Korn, sag ich mal. Äh, dann mal weiter. Öffnen. Ja, ich hab auch immer ne Kistegold bei mir im Schrank stehen. Ein Siegnen-Schlüssel. Ach, das hier ist das Zimmer vom Obermotz. Glaube ich zumindest. Hoffentlich ist der nicht zu Hause. Ich, ich lass das jetzt einfach mal durchziehen. Ihr könnt euch das ja dann, ähm, Stopp ansehen. Ich bin da nicht so scharf drauf. Ich bin da nicht so scharf drauf. Ich bin da nicht so scharf drauf. Du gehst das gleiche Blut als wir, sieht es. Aber ich bin da nicht so scharf drauf. Du bist ein Exiger. Ich bin da nicht so scharf. Wenn du dich nicht so scharf bist, du hast feste Herausforderungen. Was? Das gleiche Blut? Ach, das hat sicher irgendwas mit der Injektion am Anfang zu tun. Ich hoffe mal nicht. Nachher werden wir auch einer von denen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich hab das Spiel noch nicht gespielt. Das ist eine Sprache. Insofern, ich hatte eine Unbezpiegelung mit dem großen Cheese in dieser Stadt. Aber du bist okay, richtig? Ja, aber er könnte mich töten, aber er hat mich gelegt. Und er hat etwas gesagt, dass ich die gleiche Blut als sie. Whatever das bedeutet. Die gleiche Blut? Hm, interessant. Insofern, es sind mehr wichtigste Dinge in den Riddeln zu lösen. Du bist richtig. Hurry und find die Kirche, Leon. Ja, die Kirche. Okay, wer war das? Nicht schlecht, aber... Und vor allem genau zum wichtigen Zeitpunkt. Ach, ich sag einfach nichts mehr zu den Itemplätzen. Mensch, solche Pflanzen brauchen noch Licht. Ich steck mal nicht in den Schrank. Küche ist ein Schnapportwein. Den stecken wir uns mal in die Hosen-Tasche. Oder auch nicht. Gut, man können wir uns auch nicht. Ist klar. Joa, wo geht's denn jetzt lang? Ich muss mal eben was ausprobieren. Und dann... Nee, so. Und dann... Nee, auch nicht. Kann man nämlich... Äh, ich muss mich mal irgendwie informieren, wie man die Sachen umstellen kann. Oder ob man das auf dem PC überhaupt kann. Das hätte man natürlich von Anfang an wissen müssen, wenn wir dann die Sachen so hinlegen. Dass sie direkt von Anfang an gut sind, aber... Oh. Scheiße. Ähm... Komm hier. Wir haben noch Brandgranaten. Können wir eigentlich mal benutzen. Aber sonst geht's euch gut, oder? Ja. 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 Junge. Ja. 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 Ja, das ist die Sache. Ja. Ja. Mensch, Junge, lauf! Lauf! Heilen, heilen, heilen. Haben wir nicht noch? Ja. Fresst das! Oder auch nicht. Hat sich wohl scheinbar gelohnt, den zu töten. Oder ich hoffe, dass es sich gelohnt hat. Ich hoffe, es ist inständig. So, zack. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, wirklich auf die gute alte Sniper verlassen. Weil wir sonst nichts haben. Ja, oder wirklich mit der Pistole. Oder soll ich mir die Sniper lieber aufheben? Ach, er macht richtig einen Fehler, verdammt. Nee, wir sind nur gut. Seit wann zwei Schuss? Naja, weiterm, weiterm Text. Zack. Rotes Kraut. Nehmen wir auch mal mit. Mensch, dass der Nihun sich so eine Blumenwase in die Hosentasche steckt. Oh. Das wird ja wie in einer Schießbully hier. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße. Granate. Natürlich, jetzt haben wir die Granaten schon da oben verbraten. Und die Blutgranate ist natürlich 100% tödlich. Versteht sich von selbst. Ich würde ja auch zu gerne wirklich aktiv Headshots verteilen, aber... Ach, ich habe mich schon so oft über die Störung auf dem PC beschwert. Ich glaube, ihr wisst das mittlerweile. Es ist leid, man kann hier wirklich nur, wenn man wirklich Zeit dazu hat. Ich glaube, ihr wisst das, was ihr wisst. So, jetzt haben wir nur noch die Pistole. Scheiße. Ich weiß nicht, wie oft ich in dem Let's Play schon Scheiße gesagt habe, aber... Naja. Wir müssen jetzt in die Kirche, aber ich hoffe echt, dass ich hier...